Hallo, da sind wir wieder, euer Music Man. Wir waren schon wieder im Studio beim Wänner und haben noch ein Weihnachtslied aufgenommen. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Also, mir gefällt es. Da wünsche ich euch trotzdem noch einmal schöner Weihnachten, einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Eurer Music Man. Ich habe ein Schiff gesehen in einer Winternacht. Aus Silber war das Segel, aus Gold der Mast gemacht. Vielhundert Kerzen brannte, ich sah den Steuermann. Da wusste ich, dass ich Weihnacht zu Hause feiern kann. St. Niklas war ein Seemann. Er liebte Wind und Meer. Und alle Jahre zur Winterzeit fährt er Millionen Meilen weit vom Land der Sterne her. St. Niklas war ein Seemann, wie kaum ein anderer war. St. Niklas, Schützer, unser Boot vor Klippensturm und Feuersnot und jeglicher Gefahr. Es wehte vierzehn Tage, wir fürstelten uns sehr. Ich stand allein auf Wache, da legte sich das Meer. Ich habe ein Schiff gesehen und sah den Steuermann. Da wusste ich, dass ich Weihnacht zu Hause feiern kann. St. Niklas war ein Seemann. Er liebte Wind und Meer. Und alle Jahre zur Winterzeit fährt er Millionen Meilen weit vom Land der Sterne her. St. Niklas war ein Seemann, wie kaum ein anderer war. St. Niklas, Schütze, unser Boot vor Klippensturm und Feuersnot auf Klippensturm und Feuersnot Untertitelung des ZDF, 2020